Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Dead-Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich mal wieder bei Stegmann im Bad Dürrheim mit meinem Tesla Model 3. Und heute geht es darum, dass ich kürzlich mal nach langer Zeit mein Auto wieder gewaschen habe und dabei festgestellt habe, dass dann doch einige, sehr viele Kratzer da drauf sind. An der Stoßstange, an der Seite, am Kofferraum und überall. Dann habe ich mir gedacht, ich mache euch ein Video, wo ich euch die Geschichte dieser Kratzer erzähle. Und hier bei Stegmann mir mal eine Auskunft einhole, was würde es denn eigentlich kosten, diese Kratzer zu reparieren. Jetzt hatten wir nur gerade vor zwei Tagen diesen Sahara-Sturm oder diese Sahara-Sandwolke. Und deswegen ist mein schönes, sauberes Auto leider schon wieder dreckig. Und deswegen fahren wir erst mal nochmal zum Saubermachen und dann geht es los. Hallo Dennis, schön, dass ich wieder hier sein darf. Hallo, Fabias. Das Auto ist jetzt sauberer als vorher. Kurz Sahara-Staub. Gibt es da irgendwas zu beachten von Lackierersicht? Aus Lackierersicht. Also aus Geschäftssicht. Nehmt ein trockenes Tuch und reibt ihn ab. Nein, am besten bevor ihr in die Waschanlage geht, vielleicht einmal sauber abdampfen in einem Waschpark. Weil wenn alle die schöne Idee haben, einfach durch die Waschstraße zu fahren und das Fahrzeug wird nicht vorgereinigt, dann haben wir natürlich schön den Sand in den Bürsten und freuen uns nachher über kleine Andenken. Okay, wir schauen uns jetzt einmal das Auto an und ich erzähle dir vielleicht eine Geschichte zum einen oder anderen Kratzer. Und du sagst mir nicht, so wie Obe das macht, sag mal Junge, sondern du sagst mir, was man tun kann. So machen wir das. Alles klar. Gut, dann gehen wir los. Ei, 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 Tobias. Ja, gut. Ich weiß noch, das war am Anfang, habe ich immer gedacht, wenn das Auto nicht piepst, dann kann ich fahren. Und das war natürlich in dem Fall ein Irrtum, weil die Randsteine sieht er nicht. So weit sind wir noch nicht leider, ja genau. Aber ich kann dich beruhigen, das sind so ab 10.000 Kilometer beim Tesla fast schon Zugehör. Weil ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent der Tesla-Fahrer haben angefahrene Felgen. Und da ich 80.000 Kilometer ab, habe ich vier angefahren. Genau. Was kostet sowas in der Reparatur? Gerade bei den Felgen, die sind eigentlich dafür prädestiniert, dass man die in einem kleinen Kreis lackiert. Das heißt, wenn wir jetzt die Radkappe wegmachen, dann sehen wir, wir haben hier eigentlich so einen kleinen Rand. Und wir pressen dann den Reifen ab, schleifen die Felge wieder so, dass es sauber aussieht. Und dann wird einmal nur dieser kleine Rand lackiert. Das heißt, wir haben natürlich nicht den Aufwand, die ganze Felge zu lackieren, was sich natürlich auch in den Kosten widerspiegelt. Und so bieten wir eine Felge für mit abbauen, Reifen abmontieren und 180 Euro so einen Felgenrand an. Was würde die Felge sonst kosten? Die liegen bei über 300 Euro netto. Also du hast mir vorhin auch noch mal was gezeigt, was ich noch gar nicht gesehen hatte. Hier nämlich, wo kann denn das herkommen? Ein kleiner Granzer. Also ich vermute mal, dass vielleicht beim Aussteigen der Gurt vielleicht mit zu weit rausgeflogen ist und man macht die Tür zu und hat sich da was eingeklemmt. Oder eine Handtasche. Das würde man vielleicht ein bisschen mit einer Schleifpolitur polieren und dann würden wir hier ausbessern ganz fein mit schwarz. Und schwarz ist ja präsentiert zum Ausbessern, weil man ganz, ganz wenig sieht danach. Weiß ausbessern ist nicht so schön. Das heißt, in der Zeit, als ich dieses Auto gekauft habe, war ja schwarz noch die Standardfarbe. Jetzt ist es ja weiß. Zum Ausbessern ist es besser. Genau. Zum günstiger. Dass es optisch einfach schneller verschwindet. Okay. Genau. Ich zeige euch nachher mal eine Aufnahme oder zwei Aufnahmen, wie man bei uns in die Garageneinfahrt reinkommt. Weil das erklärt so manches. Das ist eine Einfahrt und der Vorbesitzer dieses Hauses hat so zwei so komische Dreiecke in die Einfahrt reingebaut. Und dann kann noch eine Mülltonne dastehen und dann wird es eng. Und dann gibt es ziemlich genau vier, fünf Stellen, wo was passieren kann. Und an allen vier, fünf Stellen ist schon was passiert. Teilweise mir, teilweise auch Familienmitglieder. Und das ist so eine dieser Stellen, wo man mal hängen bleibt. An der Laterne bleibt man da gerne mal. Ah, das ist natürlich jägerlich. Genau. Die Beschädigung legt jetzt lieber Tobias nicht schlecht. Hier könnten wir ein bisschen mit einem, wie die Drücker das machen, über ein Klebepad, das Blech zurückverformen, dass wir hier auf die Fläche kommen. Und dann könnte man hier diese Kante beilackieren. Bei schwarz, ideal, fällt fast nicht auf. Wenn wir das bei weiß machen, würde ich es keinem Kunde empfehlen, weil man dann bei weiß hier so eine graue Kante, eine Sichtkante herkriegt. Bei schwarz würden wir jetzt hier, wenn wir nur das machen würden, um die 350 Euro liegen mit dem Instandsetzen der Dellen und dem Beilackieren. Dass wir das nachher wieder sauber haben. Genau. Und das hier ist kein Spaltmaß von Tesla, sondern auch verursacht dadurch, dass da mal jemand oder ich dran gedotzt wird. Ja, das sehen wir hier an der Stoßstange, dass das ja schon deformiert ist. Ah, da komme ich mal rüber. Jawohl. Ich denke, viele, viele würden sagen, wir brauchen hier unbedingt eine neue Stoßstange. Die war eigentlich jetzt... Hey, was machst du mit meinem Auto? Sorry, jetzt passt wieder. Okay, ja schön. Das sind nur die Klipse, wo da rausgegangen sind. Das ist jetzt wieder schön, es sieht jetzt wieder sauber aus. Ist einfach durch die Verformung, ist sie halt hier rausgesprungen. Was machen wir jetzt mit der Stoßstange, Tobias? Ich glaube, wir gehen dann noch ein bisschen weiter nachher mit der Stoßstange. Also wäre es jetzt sowas, wo man sagt, okay, das können wir in Stand setzen und eine Teillackierung der Stoßstange machen. Dann wären wir bei sobei auch ganz grob immer 3 oder 50 Euro für so eine Spot Repair. Da die Stoßstange jetzt natürlich mehrere Beschädigungen hat, würde ich sagen, wir bauen die Stoßstange ab. Das setzt diese Stoßstange in Stand, dass die Fläche des Kunststoffs wieder bündig ist oder flächig ist. Und dann wird die ganze Stoßstange lackiert. Da liegen wir so ganz grob bei 1.250 Euro jetzt, wo man dann die Stoßstange lackiert. Eine neue Stoßstange ist teurer. Also ein Bodyshop oder eine Werkstatt kriegt immer nur eine unlackierte Stoßstange. Die liegt knapp bei 300 Euro plus Mehrwertsteuer. Dann haben wir ein Bauteil, was ungrundiert kommt. Das heißt, es ist ein reines, rohes Plastikbauteil, wo auch die Kanten noch nicht ganz so schön sauber geschliffen sind. Dann ist die Stoßstange sehr rau. Das heißt, die wird einmal grundiert, dann kommt sie wieder aus dem Lackierbereich raus. Dann wird sie nochmal glatt geschliffen und dann wird sie lackiert. Das ist ein erhöhter Lackieraufwand. Also lieber die Stoßstange behalten und die, die man hat, schon lackieren. So lange sie nicht kaputt ist. Genau. Jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, dass das nicht das Einzige ist, was hier an dieser Stoßstange nicht so ganz perfekt ist. Und zwar habe ich hier so eine ganze Menge, so sieht eigentlich fast aus wie Radierungen, Kretzerle. Das ist auch wieder ein Learning sozusagen für mich als Model 3 Fahrer. Ich dachte am Anfang, da kriegt man viel rein. Man kriegt auch viel rein in dieses Auto, aber nur, wenn es eine bestimmte Höhe nicht überschreitet. Und das liegt an dieser Wutablage, sage ich immer. Und da habe ich halt am Anfang mal irgendwie mit ein paar Fahrrädern gekämpft. Auch Kinderfahrräder gehen da nicht einfach so rein. Und das waren dann wahrscheinlich die Längsternungen bei diesem Versuch. Genau. Und wenn ein Auto dreckig ist, wie meins, dann sieht man das auch nicht gleich. Jetzt wisst ihr endlich, warum ich mein Auto so selten mache. Genau. Das spricht dann eben eher für die große Lösung, weil das hier alles zu lackieren, also beizulackieren, also das macht nicht. Genau, oder Sport zu lackieren, macht dann gar keinen Sinn. Vielleicht für euch, wenn das euch interessiert, wenn ihr ein neues Fahrzeug habt, es gibt, also wir bieten es nicht an, aber es gibt viele Trimlines oder so Folien-Spezialisten, die euch dann hier so einen schönen Ladekantenschutz aufkleben können. Das ist eine Klarsichtfolie und dann habt ihr das Problem vorgebeugt, dass hier vielleicht solche, sagen wir, Kratzer entstehen können. Auf dieser Seite hier, da muss ich wieder mal unsere Einfahrt beschuldigen. Also allmählich habe ich das Gefühl, es wäre wahrscheinlich günstiger, das Haus umzubauen. Hier sind halt viele kleinere Grätzerchen und die haben was damit zu tun, dass die Rosen, die auch zu allem Überfluss, aber sehr schön sind, sehr gut duften, die auch noch auf der linken Seite von dieser Einfahrt sich befinden, wenn die nicht perfekt zurückgeschnitten sind oder auch am Nachbarsgrundstück, da gibt es halt auch Rosen und die können halt auch mal was verkratzen. Wir sehen jetzt hier ganz viele kleine Kratzer, da hilft schon oft eine richtig gute Politur. Also erstmal das Fahrzeug einmal aufpoliert, dann haben wir ganz, ganz viele kleine Kratzer draußen, so ganz große Kratzer, wo es schon weiß ist. Weiß heißt, dass der Klarlack ein bisschen beschädigt wurde, darum das Weiß anzeigt. Würde man wahrscheinlich nicht ganz rauskriegen, aber man kann ja mit dem ganz feinen Lackstift und dem schwarzen so machen, dass es sauber aussieht und das eine kostengünstige Sache ist. Wenn wir sagen, wir polieren hier eine Stunde, dann sind wir irgendwo, war unterbaut bei 100 Euro, mit Ausbessern und Polieren für bestimmte Bauteile. Ihr erinnert euch ja, dass ich mal bei deinem Freund und Mitbewerber, Kollegen, der Michael Jürsler, in Lübeck und ich habe ja eine Keramikversiegelung auf dem Auto. Ich bin ja schon einer der Autos benutzt. Würdest du jetzt sagen, die hat mir was gebracht bei diesen ganzen Gefahrenpotenzialen, die so bei mir zu Hause eraschen? Also ich denke, die hat dir definitiv was gebracht, weil doch bestimmt manche Kratzer noch viel stärker werden, beziehungsweise das Auto einen viel matteren Eindruck machen würde bei dir. Das schönste Beispiel ist, wenn wir jetzt ein Model 3 2019 in schwarz nehmen, was so gut genutzt wird wie der 1 und das keine Keramikversiegelung hat, haben wir hier viel mehr matte Stellen, gerade um die Türgriffe herum, weil wir natürlich da immer unseren schönen angewandten Griff anwenden und mit den Fingernägeln hier lang schrabbeln. Kratz, kratz, jawohl. Und ohne Keramikversiegelung, die der Jürsler drauf gemacht hat, wäre das sicherlich viel, viel matter. Jetzt darf ich dich zur Schokoladenseite meines Autos führen, also mal ganz grob gesagt, wir haben hier wieder Einparksituationen natürlich, hier einen schönen Schleifer, auf der anderen Seite ist er noch doller, da gucken wir uns gleich an, dann habe ich zu beichten hier diese Stelle, die ist natürlich tief und heftig, da muss man sagen, wir haben uns, was wir ausgespart haben, weil wir es nicht reparieren, ist ja da unten der Schweller, der ist verkratzt, das habt ihr mal im Video gesehen, was Obe gemacht hat von meinem Auto, das liegt halt dran, dass dieses Auto doch nicht so viel Bodenfreiheit hat, wie ich es vielleicht früher gewohnt war, auch wegen der Batterien und in einem harten Winter, wie er letztes Jahr war, ich tatsächlich über Eis drüber gefahren bin, wo ich früher immer drüber gefahren bin mit meinen Autos und hier geht es eben nicht. Und hier genauso, Bodenfreiheit, das sind halt die typischen Randsteine bei den Querparklücken, wo man dann halt vorne zu spät aufhört und was übrigens die Kamera auch nicht immer sieht, also das ist so ein Learning, was ich irgendwann mal hatte, bei meiner Einfahrt muss es dauernd piepen, damit ich reinkomme, also ich darf nicht aufhören, wenn es piepst und an manchen Stellen piepst es nicht und ich muss aufhören. Bei meinem Bruder gibt es so ein Garagentor-Gitter, da fahre ich voll drauf, das seht ihr einfach nicht. Und da noch kleinere und da unten aufgesessen, hier haben wir noch eine schöne Macke, naja und hier der, der ist natürlich auch wieder brachial, also es sind halt alles solche Randsteine oder so Blumensteine, alles was so in der Höhe am Boden unsichtbar für Kamera und mich war. Da, so wie ich dich jetzt bisher verstanden habe, würdest du jetzt nicht lange rummachen und jedes einzelne ausbessern, sondern weg damit und reparieren. Einmal komplett. Diese richtig substanziellen Kratzer, gehen die auch weg? Ja, genau. Musst du die füllen, oder? Jawohl. Also wenn es jetzt ganz, ganz krass ist, also wir sind auch in der Lage, wenn der Kunststoff frei ist, diesen zu schweißen und so wirklich das Material auffüllen. Jetzt bei solchen Kratzern hier, das würde jetzt glatt geschliffen werden, weil unser Stoßfänger hat ja eine gewissere Materialstärke und dann würde man das einfach glatt schleifen und könnte es dann lackieren. Ist Tesla da besonders teuer oder aufwendig in der Reparatur oder wäre das praktisch bei jedem anderen Auto genauso oder vielleicht sogar schlimmer? Das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, diese ganzen Spot-Repair-Preise sind bei uns Festpreise. Für alle Autos? Für alle Autos. Bei den Felgen ist Tesla besonders günstig, weil ich so diesen Felgenaufbau sonst nie habe, dass ich nur diesen Rand lackieren muss. Sonst bei einer Felge sind wir da teurer. Oder auch bei der 19 Zoll Felge beim Model 3 sind wir teurer, weil einfach da die ganze Felge lackiert werden muss. Also ich würde behaupten, wenn ich jetzt ein aktuelles Fahrzeug von 2020, 2022 nehme, ob es jetzt ein gut ausgestatteter Passat ist, ob es jetzt ein 5er BMW ist oder ein Tesla, ist immer von den Kosten, Reparaturkosten, würde ich behaupten, schenken sie sich gar nichts mehr. Ja, dann rechnen wir jetzt mal ganz grob zusammen, was die letzten drei Jahre für Schäden an meinem Auto verursacht haben. Ich meine, ich will es ja nicht verkaufen. Und wenn es jemand kaufen würde, da würde ich natürlich sagen, hallo, das ist dieser Dads Model 3 und es ist eins dieser seltenen Real-Wheel-Drive, ein Motor, großer Akku. Also und ich würde vielleicht mit so einem, mit meinem Schlüssel würde ich noch mein Autogramm irgendwo in die Tür rein ritzen, damit es auch richtig schön verkratzt ist. Also im Originalzustand würde dir das Fahrzeug erhalten. Ja, und das würde dann wahrscheinlich 15.000 Euro mehr kosten als Neupreis. Genau, sowieso. Genau, aber falls wir es doch jetzt reparieren wollten, dann hätten wir, wie du gerade gesagt hast, vorne und hinten die beiden Stoßstangen, 2,5. Genau, 2,5, genau. Dann haben wir gesagt, die Seitenwand hinten rechts müssten wir ausbauen und beilackieren. Wir haben bei 2.850, dann haben wir 720 für die vier Felgen. Jawohl. Dann sind wir bei 3.500. Genau. Und dann war jetzt die Frage, wir haben ja noch so kleine Stellen gehabt, wo wir polieren, wo wir ein bisschen was ausbessern. Da haben wir gesagt, das war vielleicht die Seitenwand und die Tür. Genau. Ja, dann machen wir nur 200 Euro drauf. Grob. Grob. Also so knapp 4.000 Euro. Genau. Dann plus Mehrwertsteuer, dann wäre das Auto wieder wie neu und ich könnte wieder aufs Neue in die Einfahrt reinfahren. Ja. Super. Ich hoffe und nehme an, das war für euch auch interessant, nicht nur zu hören, welche Geschichten hinter den Kratzern meines Autos stecken, sondern auch was man dagegen tun könnte, was man dagegen tun kann. Viel Fachwissen zum Thema Lackieren und Karosserie. Vielen Dank, lieber Dennis. Like dieses Video, gebt mir ein Abo, kommentiert unten und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Diesel Dad. Tschüss.